Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es für uns leckere Brötchen aus Hefeblätterteig. Knusprig von außen und weich von innen. So sieht es aus. Viel Spaß beim Schauen, nachbacken und bitte vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Für den Teig habe ich 600 Gramm Mehl. Ich habe 200 Milliliter warmer Milch, ein Ei. Wir brauchen circa 50 Milliliter Pflanzenöl oder wenn ihr Sonnenblumenöl nehmt, dann ist es auch in Ordnung. Dann Vanillin, Zucker, Hefe. Wir brauchen 3 Esslöffel Zucker. Ich mische jetzt alles zusammen. Hier habe ich das Mehl, das Ei, Zucker, das Öl und Vanillin, Zucker und Hefe. Das ganze vermische ich mache hier zu einem schönen Teig. Außerdem brauchen wir später noch Butter. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. 150 Gramm Butter. So jetzt mache ich das mit Händen oder mit dem Mixer. Je nachdem macht man einen Teig. So ein schöner weicher Teig ist es geworden. Ich musste eben noch ein Esslöffel Mehl dazu geben, dass er nicht zu arg klebt. Er soll schon kleben an den Fingern, aber nicht zu arg. So ungefähr ist es. Fantastisch. Aber auch nicht zu vollpumpen mit Mehl, sonst wird es nicht so zarter und geht auch ganz schwer auf. So jetzt decke ich ihn zu mit einem sauberen Tuch und lasse ihn circa eine Stunde gehen. Der Teig ist schön aufgegangen. Jetzt mache ich etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Hol den Teig raus. Knete ihn einmal kurz durch. Und nun teile ich ihn in zehn Teile. Ich ziehe ihn jetzt ein bisschen in die Länge. Acht bis zehn Teile. Ungefähr sollten sie schon gleich sein. Eins, zwei, drei, acht Teile habe ich dann wahrscheinlich. Jetzt nehme ich ein bisschen Mehl auf die Hände und mache aus den, schaut mal, ich mache das die Seiten einfach nach hinten, nach innen rein. Dann habe ich so ein kleines Bällchen stellen hier hin und lasse ihn noch mal ein bisschen ruhen. So gerade nach hinten. Wunderbarer Teig, lässt sich gut damit arbeiten. Also noch mal zehn, 15 Minuten ruhen lassen. Zudecken, damit es nicht antrocknet. Auf einer bemehlten Fläche knete ich jetzt ein bisschen so durch. Jetzt wird es zu solchen runden Ballen gemacht. Das mache ich dann mit allen. Jetzt habe ich hier geschmolzene Butter. Pinsel den Arbeitsplatz ein. Lege da drauf einen Teigfladen. So. Und pinsel die Oberfläche auch noch mit Butter ein. So. Ich hatte ja insgesamt acht Teile und werde jetzt jedes dieser acht Teile auch noch gleich einpinseln. Weil wenn die Butter da drauf eingerieben ist, ist, dehnt sich der Teig ganz einfach und ohne Löcher. Jetzt gehe ich ganz vorsichtig an einer Seite und ziehe das in die Länge. Die Butter hat den Teig schön weich gemacht. So. Dennoch vorsichtig. So entsteht der Blätterteig. Wenn irgendwo reißt, ist auch nicht schlimm. Einfach weitermachen. So weit wie der Teig erlaubt. Auch in der Mitte auseinanderziehen. Jetzt habe ich schon ein paar Löcher. Macht nichts. Jetzt lege ich den nächsten Fladen drauf. Und passe den von der Länge auch an. Das mache ich mit insgesamt vier der acht Fladen. Und nun kommt der vierte. Das war jetzt der vierte Fladen. Jetzt ziehe ich das Ganze noch ein bisschen auseinander. Jetzt nehme ich das Messer und schneide es in die Länge. Im Fladen circa sechs Zentimeter dick. Jetzt geht's los. Ich nehme ein Ende und wickel das um die Hand herum. So sieht's aus. Die Enden andrücken. Und jetzt nehme ich die Mitte und stülpe das so bis zur Mitte über. So sieht's aus. Und so kommt es nun jetzt aufs Backpapier. Die Brötchen sind fertig. Da sind sie. Jetzt lasse ich sie nochmal 15 Minuten stehen. Bisschen gehen. Mache den Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Die leckeren Brötchen werde ich jetzt mit einem verquirlten Ei bestreichen. Der Backofen ist auf 180 Grad vorgeheizt. Jetzt geht's in den Backofen. Später werde ich sagen wie lange es dauert. Ich gucke nämlich darauf, dass sie schöne Bräune bekommen. Die Brötchen waren jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze insgesamt 20 Minuten. Schaut mal schön weich sind sie. Schön knusprig von außen und schön weich von innen. Man kann sie entweder süß oder herzhaft belegen. Wunderbare Sache. Richtig köstlich. Ich danke euch für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich bin jetzt noch ab, und hab ich einen Psalmen. Ok. Vielen Dank.